...kenne ich. Wenn du einen Gefallen brauchst, sag's einfach. Nun ja, einen kleinen. Ein Söldner und alter Freund von mir hat sich einfangen lassen. Was liegt dir wirklich an dem Mann? Wie kannst du das fragen? Es wäre nicht das erste Mal, dass du mich in die Irre führst. Bei den Göttern. Er ist einer von uns, Cassandra. Ein Söldner. Ein alter Kamerad. Wir müssen unserem Bruder helfen. Bitte. Wirst du ihn für mich retten? Klar! Wo wird dein Freund festgehalten? Warum soll ich ihn retten? Warum bist du so besorgt um einen Söldner? Er ist ein Freund. Hab ich nicht dasselbe für dich getan? Weißt du nicht mehr, welche Probleme Markus und du hatten? Ja, ja. Du hast recht. Wenn wir nicht aufeinander aufpassen, tut es keiner. Dann hole ich jetzt deinen Freund. Heitor, nicht Heitor, was? Okay. Dann muss ich es jetzt suchen, ne? Er wurde in Attica eingestellt. Er muss nach dem Nordosten in das verlassene Arca-Land gebracht worden sein. Das ist das Dekilei-Lager. Ist da ein Lager? Manche Fragezeichen werden ja nicht sofort angezeigt. Wie ist das? Wenn du das? Das ist eine Mala! Da ist auf jeden Fall irgendwas. Wenn das kein Militärlager ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist kein Militärlager, okay, was ist das dann? Gar nichts. Aber da ist was. Da ist er. Ich schicke meinen Adler schon mal voraus. Und los geht's. Ich mach mich unsichtbar. Soviel zum Thema unsichtbar. Aber es hat nur der nicht gesehen, okay. Soviel. 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 Malakka! Geh da hoch! Wie komme ich, wieso komme ich hier nicht nach? Komm, leck mich doch, oh Gott! Ich bin ein Mensch! Das ist ein Mensch! Der Racka, halt! Da kriegst du beinah! HAAAAAAAHHHHHH! Andere! Andere, andere! Ha! Das geht nicht! Das ist alles... Das ist alles... Noch kannst du weglaufen! Au! Alter, hab ich mich grad erschrocken! Ich weiß, dass wir sie finden. Wird erledigt. Nach Meldung, was gefunden? Er hat versucht, einen Stein mir an den Kopf zu werfen. Er hat mich ja nicht getroffen. Aber ja. Das versuchen die immer, wenn ich gerade unter denen bin. Nach Meldung, schon was gefunden? Keine Spur. Vom Winde verweht. Bewegung, wir brauchen eine Spur. Sicher doch. Bist auf und davon! Ich mach kein Auge zu. Sag mir, dass das Schwein zurückkommt. So, jetzt gehen wir nochmal das Ganze ruhig an. Ich will ja jetzt gerne durch den Haupteingang, aber die kommt zurück. Das war doch ganz sicher ein Pfeifen. Nein, Würstig! Was? Aber du kannst gerne mal nachgehen. Ich will gucken. Ich warne dich. Halt dich entfernen, wenn du keinen Erdkopf hast. Äh. Wie avi hast du mich gerade gesehen? Was war das? Wer war das? Oh Gott! Oh Gott! Komm! Du kannst doch da... Ach, komm! Ist das deren Ernst? So ein kleiner... Deiner! Deine Hände! Wie hältst du die Kaste raus? Bitte nicht! Bitte nicht! Ich bin nicht hier! Ich bin... Ich bin... Ich bin ein Busch! Ich bin doch nur ein Busch! Sie sind ein Busch! Ich bin ein Busch! Sie verstehen! Wird erledigt! Ich bin... Oh Gott! Ach... Ich bin... NICHT! Warte mal, ich hab da noch. Ja, der hat ein Schild! Warum hat der ein Schild? Oh Gott! Das ist zwar nicht so ne große Klippe, aber... Okay, es ist doch ne große Klippe. Was? Och komm! Ich konnte nicht ausweichen! Ich konnte nicht ausweichen! So ein kleiner... Hmmmm! Wie der mich einfach zersäbelt hat, der Pisser! Achja! Kann es sein, dass ich ein paar Tote nicht gezählt hab? Nee. Okay, ein paar sind's weniger. Ja! Hier werden Sie besonders wachsam sein. Nein, nein! Feuer! Mist! Okay, in nem Busch zu sitzen mit nem Feuerpfeil ist nicht klug! Katschi! Wenn ich dich einhole! Fass dich! Höh! Höh! Ich hab' mich einmal getroffen! Fass' leben weg! Wo ist er hin? Ich sehe ihn irgendwo runtergefallen. Nein, da ist er. Der ist übel. Komm her. Tschüss. Komm her. Du stehst da gefährlich. Alter, wie der da einfach am Rand steht. Jetzt die Frage, wie kommt ihr zu mir? Komm, ich helfe euch. 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 Ist es euch egal? Okay, der Gefangene scheint für die nicht präsent zu sein. Er hat wahrscheinlich keine Waffe, also ist er denen egal. Die wollen nur mich, oh Gott. Ich muss den mal rauslocken hier. Okay, hier gibt es keine so schöne Klippe. Nur das kleine etwas, aber das ist... Ja, für Zeus. Ich bin für. Da bin ich für. So, Hippo, komm her! Na? Wie sehr kannst du mich verfolgen? Na gut, das wird nicht viel wehtun hier auf dieser Klippe. Das wird nicht schmerzhaft. Aber wenn ich das so mache... Aber wenn ich das so mache... Flieg! Ach komm! Hm. Ernsthaft? Oh, nicht die Ende! Das ist ja der! Stimmt, scheiße! Das wird nicht deinem Leiden ein Ende machen! Hup! So, lauf! Was ist ja? Aufwärts! Wie schnell, dass auf uns anbaut, wie ein Böge zu Ainz? Nein! Okay, dass du nicht das so machen musst! Und bei diesem 날d, mit zeit für eine exotische axt hier freut sich keiner mich zu sehen also legendäre halt hey hast du mich vermisst wort auch geschlossen ja wir können hier nicht ok wir müssen wo müssen wir eigentlich lang ok kannst du das er kann es ok hier dein freund kommst du mit da bist du ja ich dachte schon du kommst gar nicht mehr zurück du hallo lange her was geht hier vor warum bist du hier na klar er hat es dir nicht gesagt oder er hat dich nur benutzt halt's maul ich will dich nicht reden hören ich will dich sterben sehen du hast mich wieder belogen so funktioniert freundschaft nicht hitler hör zu bitte es tut mir leid doch du weißt nicht was der mann mir angetan hat das ist erbärmlich warum sagst du nicht die wahrheit halt dein maul du mörder was geht hier vor glaub mir dieser mann muss sterben hat es den auftrag ihn zu mir zu bringen okay mach schon ich muss die gründe nicht hören oder deine ausflüchte der mann hat mir übel mitgespielt kassandra du musst es mir glauben bring es einfach zu ende ehrlich gesagt wäre es eine erlösung wir sind beide schuld wenigstens kann ich das zugeben bezahl ich will nichts mehr damit zu tun haben hier das ist sicher mehr als genug ich habe etwas draufgelegt der alten zeiten wegen du meinst fürs lügen scheiß auf die alten zeiten deshalb verließe ich kephalenia na los töte ihn so wenn du es nicht tust ich muss mal auf toilette dann